Geshla möchte zunächst Sie herzlich begrüßen mit Tashi Dele, Glück und Segen. Heute soll es hauptsächlich um die Beziehung zwischen inneren Frieden und Freude geben, beziehungsweise Freude und inneren Frieden. Wir wollen mal sehen, von welcher Seite her man das aufziehen kann. Grundsätzlich geht es auch dabei um das Thema des Enthusiasmus oder Tagkraft. Meine Damen und Herren, es gibt mir noch keine Beziehung durch Sie gerne mit Tashi Dele, oder eine Beziehung dahin. Wenn Sie eigentlich in der Zeit geheimnischen, von denen Sie geben, die Sie also Wissen, oder einen Beziehung mit Ihrem Viertel in der Momente. Das ist eine Beziehung bei Tashi Dele, bis Sie sagen, dass Sie nicht so etwas oder nur noch nie tun können. Gute Dose Geheimnis wissen, ist das Thema des Friedens aufnehmen. Das ist natürlich ein sehr, sehr umfassendes Thema. Da gibt es den äußeren Frieden und den inneren Frieden. Was den äußeren Frieden angeht, so sind wir zumindest in diesem Teil der Welt relativ privilegiert und das ist einigermaßen vorhanden. Was den inneren Frieden angeht, den Zustand im eigenen Geist, sieht es wahrscheinlich anders aus. Das ist ein noch schwierigeres Thema. Was, wie gesagt, den äußeren Frieden angeht, so können wir zumindest in den westlichen Ländern sagen, dass wir da doch ein hohes Maß an äußeren Frieden erlangt haben, ganz im Gegensatz zu großen Teilen der restlichen Welt. Aber darüber hinaus gibt es eben das Thema des inneren Friedens. Frieden, das ist die äußeren Frieden. Aber das Thema Frieden sollte man nicht nur definieren, durch äußere Abwesenheit vielleicht von Gewaltanwendung, sondern im Buddhismus wird das Thema Frieden hauptsächlich definiert als die Überwindung von Leiden und inneren Ursachen des Leidens, sodass sich der Frieden eigentlich letztlich mehr definiert vom inneren Geisteszustand her. Wir alle fühlen gerade im Westen immer im Hunde, dass wir eben Frieden erlangen möchten. Sehr wichtig ist uns auch die Freiheit und das sind in der Tat sehr wichtige Dinge. Aber eben die Freiheit aus buddhistischer Sicht und der Frieden leitet sich eben auch hauptsächlich von inneren Zuständen ab. Und da reicht es nicht einfach eine äußere Freiheit erreicht zu haben. Die Frage ist, ob man auch eine innere Freiheit erlangt hat. Innere Freiheit würde bedeuten, dass man auch eine Freiheit hat gegenüber den Geisteszuständen von Hass, Gier und Unwissenheit und eigenem Geist und das liegt zumeist nicht vor. Dan fragisch, sich alles anpacken, Dan Привет sei die Arbeit am besten, なんだ diese Arbeit qui in diesem Ort sich dass die Freiheit ohne 하지, so machen vollständig, wenn ihr stärker ist, Die Kampfer-Saint-Dohla und die Kampfer-Saint-Dohla und die Kampfer-Saint-Dohla und es ist so schnell die Kampfer im Haar-Saint. Die Kampfer-Saint-Dohla und die Kampfer-Saint-Dohla. Jetzt kommt ein paar Kampfer in der Kampfer, die bin ich nicht im Nachhinein und die Kampfer-Saint-Dohla. Wenn wir tatsächlich inneren Frieden erlangen wollen, noch über den äußeren Freiheit im Frieden hinaus und auch innere Freiheit, dann ist es vor allem wichtig, dass wir unseren eigenen Geist zum Positiven verändern. Wir sollten im eigenen Geist untersuchen, welche Faktoren im Geist tatsächlich uns Frieden und Freiheit verschaffen und welche nicht. Und uns bewusst sein, dass der Geist tatsächlich sich verändern kann. Die großen Philosophen des Buddhismus und auch Bruder Shakyamuni haben deutlich gemacht, dass unser Geist, wie es oft heißt, keine Eigenexistenz besitzt. Das heißt, er ist abhängig von vielen, vielen Faktoren und er ist nicht beständig, sondern er ändert sich ständig. Unter dem Einfluss von bestimmten Faktoren und auch gewissen eigenen Bemühungen, die man macht, kann man den Geist zum Positiven verändern. Ob das geschieht oder nicht, ist letztlich von einem selbst abhängig. Das kommt nicht von außen. Also, wenn man ein Geist ist, wo man den Geist ist, wo man die Geist, wo man die Geist, wie man das macht, dann stecken sich auch mit dem Geist zu machen und dann, wenn man die Geist und die Geist und die Geist wird. Um einen echten inneren Frieden zu erlangen und auch ein dauerhaftes Glück, das wir uns alle wünschen, müssen entsprechend die inneren Ursachen, die eben dieses Glück nicht zulassen, überwunden werden. Die tiefste Ursache für alles Leiden, das wir erleben, ist aus buddhistischer Sicht die Unwissenheit und das betrifft hauptsächlich die Unwissenheit darüber, wie unsere eigene Person existiert, wie unser Ich existiert, dort herrschen Täuschungen vor. Aus dieser Unwissenheit über das eigene Ich ergibt sich das, was man Selbstsucht nennen kann oder Egoismus. Unter dem Einfluss von Egoismus entstehen im Geist die sogenannten Leidenschaften oder eben verwirrte Geisteszustände, wie zum Beispiel Hass und Gier, alle unter dem Einfluss eines starken Egoismus gegenüber einigen Dingen, die man unbedingt haben möchte, andere, die man auf keinen Fall haben möchte. Außerdem andere Aspekte wie Stolz und Neid und solche Faktoren, die den Geist sehr verwirren. Und daraus entstehen dann Handlungen, die nicht geeignet sind, die unheilsame Handlungen sind und diese hinterlassen im Geist Anlagen, die man karmische Anlagen nennt. Ob wir das Gesetz vom Karma akzeptieren können, ist eine andere Frage, aber das ist die buddhistische Auffassung darüber, wie Leiden entsteht, dass die letztliche Ursache eben in der Unwissenheit liegt, wodurch der Geist verwirrt wird, unheilsame Handlungen geschehen und karmische Anlagen gelegt werden, die dann unter entsprechenden Umständen zu leiden, heranreifeln. Entsprechend hat der Buddha selber auch Hass, Gier und Unwissenheit die drei Geistesgifte genannt. Warum man da diesen Ausdruck Gifte benutzt? Und wir wissen selber, wenn wir in der Außenwelt Gift zu uns nehmen, dann kommt Leiden auf uns zu und wir müssen große Schwierigkeiten ertragen. Und genauso ist es, wenn unserem eigenen Geist Hass, Gier und Unwissenheit vorherrschen, dann wird uns das unseren Geist vergiften und eben Leiden zufügen. Und wir können mit der Pfiffe dann in der Zwischenwelt kreuen, wenn die Hüse Menschen gesagt haben. Aber da ist es, wenn man ihre Reaktion nach unten denkt, dann wird man Dann ist es auch eine Beschreibung. Auch wenn ich kreise, so einfach nicht. Dann müssen wir die Probleme. Dann haben wir die Probleme. Dann müssen wir das tun. Dann müssen wir das tun. Dann müssen wir das tun. Wir brauchen das tun. Wir brauchen das tun. Die 13. Die 15. Wenn sie zu einem Wissen innerhalb von uns, dann werden sie die 18. Wenn sie die 15. Dann werden sie nur geschlagen und dann arbeiten. Dann werden sie die 15. Man muss den Niembruch einfügen. Statt das Gericht ist. Der Gericht kann meine Säme rücken. Er wird auch Zettel, wie gebraucht. Diese Sonne wird noch nicht verfolgt. Die letztliche Ursache für das Leiden, was wir nicht wünschen, ist eben die Unwissenheit und der damit verbundene Egoismus. Die Unwissenheit bezieht sich, wie gesagt, hauptsächlich auf die Existenzweise unseres Ichs, die wir falsch einschätzen. Es gibt zwar ein Ich, aber es existiert nicht so, wie es uns normalerweise erscheint. Dort liegt eine Täuschung vor. Das wird in der buddhistischen Philosophie natürlich außerordentlich genau beschrieben. Wer das genau wissen möchte, müsste, wie gesagt, vielleicht das ganze nächste Jahr mitstudieren über Shantideva, Lebensweg zur Erleuchtung. Dann wird das deutlicher werden, aber in kurzen Worten, man nennt es, dass man glaubt, dass das Ich würde eigenständig, substanziell existieren. Es erscheint uns so, als würde das Ich völlig getrennt vom Rest der Welt, ganz aus sich selbst heraus existieren, völlig unabhängig von allen anderen Dingen. Und das ist sicherlich nicht die Existenzweise, wie das Ich wirklich existiert. Da besteht eine Täuschung. Und aus dieser Täuschung heraus aber, dass wir so stark greifen nach einem solchen unabhängigen Ich, was so gar nicht existiert, entstehen andere Turbulenzen im Geist, eben die verschiedenen Leidenschaften. Zum Beispiel, wenn wir Hass empfinden, dann glauben wir, dass dieses unabhängige Ich Schaden erlitten hat und dann werden wir sehr ärgerlich und der Geist kommt sehr durcheinander. Wir müssen mal selber prüfen, ob es uns gut tut, wenn wir ärgerlich sind, ob das wirklich zu Glück führt und zu Frieden führt. Das sollten wir selber am eigenen Geist untersuchen oder ob das nicht tatsächlich ein großer Leidensverursacher ist. Das Gleiche trifft zu auf Begierde, auch wenn wir etwas sehen, was uns gefällt, dann glauben wir, dass dieses eigenständige Ich das unbedingt haben muss. Wir übertreiben das sehr stark, der Geist wird sehr unruhig und daraus entstehen auch viele Komplikationen und Schwierigkeiten. Auch das ist ein großer Leidensverursacher. Auch andere Faktoren, wie dass man sehr stolz ist auf sich selber, dass man glaubt, dieses eigenständige Ich wäre es anderen vollkommen überlegen. Oder dass man neidisch ist auf andere, wo man etwas sieht, was man auch gerne haben möchte. Das sind alles die Dinge, die tatsächlich Schwierigkeiten schaffen. Aber das müssen wir am eigenen Geist überprüfen, ob das so ist. Ich will das nicht einfach so dahin sagen, aber wenn man nachschaut im eigenen Geist, was passiert, wenn eben aus der Unwissenheit heraus Hass, Gier, Stolz und Neid entstehen, dann können wir selber überprüfen, ob uns das nützt oder eher schadet. Wenn wir feststellen können, dass uns das sehr schadet, dann sollten wir Gegenmittel anwenden gegen diese inneren Probleme. Und ein Hauptgegenmittel ist das Thema des heutigen Abends, das ist eben Tatkraft oder Enthusiasmus, die Freude am Heilsam, wie man das nennt. Und ihr habt noch mehr ge植 first correr, so Sie nicht nurorno lange werden. defällt es sich in der Türkei zu verändern. Und sonst hat die Re코-Barren gesagt, er hat sich tually getichten. Die Re Aqua-W preceden Abendsassung, Sie haben viele Menschen zu tun, dass sie das eben nicht so tun. Wenn sie die Menschen mit ihnen achten, dann können sie die Menschen ausführen und sie haben zu tun, die den Menschen mit ihnen zu tun. Wir haben die Menschen in der Zeit, aber sie machen sich diesen Menschen. Sie müssen die Menschen einfach gleich zusammenhängen. Die Menschen müssen die Menschen nicht mehr so tun. Die Menschen wie sie sind, wenn sie nicht mehr so tun. Wenn wir zum Beispiel eben Ärger nehmen, dann gibt es verschiedene Gegenmittel dagegen. Zum Beispiel ein Gegenmittel gegen den Ärger wäre Geduld, die Entwicklung von Geduld oder Tragensfähigkeit. Ein anderes wäre Mitgefühl. Als letztliche Gegenmittel gegen den Ärger wäre die Weisheit, dass man wirklich erkennt, wie die eigene Person existiert, wie die Phänomene tatsächlich existieren. Dann könnte man den Ärger mit der Wurzel beseitigen. Aber das ist eben sehr schwer zu verstehen, was mit dieser Leerheit und der Selbstlosigkeit genau gemeint ist. Deshalb nähert man sich dem zunächst an, indem man Tugenden übt wie Geduld und Mitgefühl. Aber diese Tugenden muss man auch zunächst kennenlernen. Und man muss eben Tatkraft entwickeln und freudige Bemühungen darum, diese Eigenschaften wie Geduld und Mitgefühl in sich zu kultivieren. Als ich glaube, dass die Zewa eingepackt wird, was ich nicht Bedeutung wiederum, wenn ich jetzt den Schein laniere Zewa rufe. Ja, wir sollten zum Beispiel eben untersuchen, wenn Hass in uns auftritt und Ärger, was das mit uns macht und eben was man dagegen tun könnte. Und das wäre eben zum Beispiel hauptsächlich der Geistesfaktor der Geduld, den man dagegen entwickelt. Allerdings über Geduld gibt es gewisse Missverständnisse. Manche meinen, Geduld würde vielleicht bedeuten, dass man innerlich zwar kocht, aber äußerlich nichts sagt oder so etwas. Gehsche meint, das ist schon ganz in Ordnung, das ist schon besser, als wenn man auch äußerlich großartig was sagt und tut. Aber es erfüllt nicht ganz den Tatbestand der Geduld, dass man innerlich eigentlich sehr, sehr ärgerlich ist, aber eben das äußerlich nicht zeigt. Aber sicherlich besser, als wenn man es auch noch äußerlich zeigt, das stimmt schon. Dann ist es nicht so, dass wir die Geschwindigkeit verriehen, die Geschwindigkeit und dann nicht erkennen können. Tatsächlich führt Geduld zu inneren Frieden, wenn man das tatsächlich in sich entwickelt, wird man das sehen, wogegen zum Beispiel Hass und Ärger zu Leiden und Unfrieden führt, das was wir nicht wollen, das hat der Buddha sehr deutlich gemacht und auch wir selber können das im eigenen Geist erkennen, allerdings wie gesagt ist es nicht ausreichend, dass man nur über Geduld redet und das Wort im Munde führt, das tun natürlich viele, sondern man muss es wirklich innerlich in sich entwickeln, das ist ein längerer Gang der Entwicklung des Geistes, aber tatsächlich ist es so, dass eben Geduld ist ein sogenannter heilsamer Aspekt, wie der Buddha es nannte und heilsam bedeutet, dass es zu Glück führt, wogegen Zorn und Ärger unheilsam sind und zu Leiden führen. Und zwar, wenn man das genau untersucht, das sollte man eben auch tatsächlich mit Argumenten untersuchen, nicht einfach nur so akzeptieren, sondern man muss einfach mal untersuchen, was passiert, wenn man ärgerlich ist, wie es einem selber schadet, wie es anderen schadet, dann wird man das erkennen können, wie schädlich das ist. Ich muss sagen, dass er nicht hinterher geht, Denn damit wird man nicht mehr glaubt, dass er den Schraub hat. Der Schraub war also auch ca. Wir hörten, dass die Schraubschraub sind, die anderen anderen sich ver �ул, sind auch die Schraubschraub. Darüber hinaus ist auch eben die Begierde ein Faktor, der sehr stark den Geist eben zu leiden führt, letztlich. Die Leidenschaften definiert man im Buddhismus dadurch, dass sie den Geist unruhig und undiszipliniert machen. Oft sprechen auch Leute von Faktoren wie Liebe und Mitgefühl, die ja eigentlich ein Gegenmittel gegen Hass sind, in einer Weise, wo es eher mit Begierde zu tun hat, das ist ein gewisser Unterschied. Denn die Begierde ist ein Faktor, wo man auf etwas, ein Objekt, eine Person oder ein Ding etwas hinauf projiziert, was gar nicht da ist, wo man das weit übertreibt und dadurch wird der Geist sehr in Unruhe gebracht. Während Liebe und Mitgefühl bedeuten nicht, dass man irgendetwas projiziert auf eine Person, sondern sie einfach so sieht, wie sie ist, mit ihren Leiden und Schwierigkeiten und den Wunsch hat, dass diese Person glücklich ist. Das führt nicht dazu, dass der Geist in irgendeiner Weise unruhig und undiszipliniert wird. Und da tatsächlich erlangt man durch Liebe und Mitgefühl Glück, während Begierde auch zu starken Leiden führt. Und da tatsächlich erlangt man durch die Begierde auch zu. Und da ist ein Faktor, wenn die Faktor, dann einfach erlangt man durch. Und da ist die Begierde auch zu lassen. Und da ist die Begierde auch zu anderen. Und da ist das, ob wir das Negegegeist do, dass wir uns schon überlegen. Wenn ich den Wissen möchte, ist, ich will. Ich will nur leid, ich will nicht, ich will nicht. Nun müssen wir diese Zune in der Lange machen. Sie arbeiten mit dem Team, dass wir in den Menschen nicht mehr haben. Als sie aussuchen, dass wir ihnen eins ankommen brauchen können wir nicht mehr als auch closed. Wenn es nicht so gut geht, wo sie nicht mehr machen, wenn kein Gewinn bekommen, müssen wir auch nicht mehr machen. Das Hauptgegenmittel gegen die Begierde ist, dass man auch die Nachteile eines Objekts sieht, dass man so übertreibt. Wie gesagt, was bei der Begierde stattfindet, ist, dass man mit einem Objekt Eigenschaften verbindet, in dem Fall attraktive Art, die entweder gar nicht vorliegen oder nicht in dem Umfang vorliegen und daraufhin nicht mehr loskommt von dem Objekt und es sehr übertreibt und der Geist dann sehr verwirrt wird. Das Mittel ist dann eine realistischere Sichtweise, indem man auch die Nachteile eines Objektes sieht und auch die nicht so attraktiven Seiten eines Objektes sieht. Dann kommt der Geist wieder mehr zur Ruhe und kann sich wieder in sinnvoller Weise mit dem Objekt beschäftigen. Und darüber hinaus gibt es eben störende Faktoren, wie zum Beispiel Stolz. Beim Stolz haben wir den Eindruck, dass wir quasi alles wissen und den anderen überlegen sind, auch auf der Grundlage einer ganz falschen Selbstwahrnehmung wiederum. Das Gegenmittel wäre, dass man sich mal deutlich macht, was es doch alles für Dinge gibt, die man nicht weiß. Da kann man in der buddhistischen Philosophie mal nachschauen, da gibt es sehr viele Einteile und Erklärungen, die man sicherlich nicht kennt. Und dann stellt man schnell fest, dass man vielleicht doch nicht alles weiß und dann wird der Stolz schon etwas verringert. Und dass man auch sieht, dass andere Leute auch Qualitäten haben und sehr viel Wissen und dass das Unsinn ist zu glauben, dass man allen überlegen ist oder zumindest auf allen Gebieten wird das Baum der Fall sein. Und ein anderer Faktor, der viele Probleme schafft, ist zum Beispiel Neid. Da sieht man etwas bei jemandem anders, was erfreulich ist, dass der gewisse Vorzüge genießt, gewisse Qualitäten hat. Und dann kann man das nicht ertragen. Der Geist wird sehr unzufrieden und unglücklich, wenn er sieht, dass ein anderer das hat. Das Gegenmittel dagegen wäre, dass man sich freut darüber, dass jemand etwas Positives hat. Dass man denkt, das ist wirklich gut, dass der diese Qualitäten hat, dass der im Besitz von angenehmen Dingen ist. Dass man das erfreulich findet unter dem Einfluss vom Mitgefühl. Das wäre das Gegenmittel gegen Neid. Das wäre das Gegenmittel gegen Neid. ... ... Aber diese Entwicklung dieser Gegenmittel ist natürlich nicht nur, dass man das eben, wie gesagt, einmal sagt und akzeptiert, sondern dazu gehört eine fortwährende Übung dieser Qualitäten. Eine wichtige Meditation wäre zum Beispiel auch die Entwicklung von Gleichmut. Dabei stellt man sich drei Personen vor. Eine Person, die man eher als Freund bezeichnet oder wo man auch eine gewisse Anhaftung hat. Andere Personen, die man eher als Feind bezeichnet und Abneigung hat. Und eine dritte Person, die einem gleichgültig ist. Und dann betrachtet man gegenüber diesen drei Personen jeweils, wie die eigene Einstellung ist. Zum Beispiel, ob man Mitgefühl aufbringen kann mit seinem Widersacher. Ob man wirklich Mitgefühl hat mit dem, der einem nahe steht. Ob man Mitgefühl hat mit jemandem, der einem eigentlich gleichgültig ist. Man muss den eigenen Geist untersuchen, wie man zu diesen drei Personen steht. Und dann wird man sehen, dass der Geist sehr unausgeglichen ist in Bezug auf diese drei Personen. Und dann wird man mit dem Geist. Denn Sie können uns die, die Sie am sie vertreten. Sie wollen sich nicht mehr kennenlernen. Sie wollen sich nicht mehr zurückkommen. Die sich nicht mehr aufziehen, sondern mehr aufziehen und bieten. Wenn man das untersucht, diese drei Personen, dann wird man feststellen, wie der eigene Geist zu ihnen jeweils steht. Wenn man zum Beispiel den Feind untersucht, dann wird man merken, dass man überhaupt keine Absicht hat, dem Mitgefühl entgegenzubringen, weil man meint, er hat einem geschadet und so weiter. Gegenüber dem Freund denkt man vielleicht, dass man Mitgefühl mit ihm hat, aber wenn man näher untersucht, dann besucht das hauptsächlich darauf, dass man sich Vorteile von dem verspricht, eine gewisse Anhaftung an ihn hat. Und gegenüber der dritten Person denkt man, die hat mir weder Gutes noch Schlechtes getan, warum soll ich gegenüber dem Mitgefühl haben? Da muss man sich fragen, ob das der Fehler dieser Leute ist, dass man kein Mitgefühl für sie hat, oder ob das nicht geistige Projektionen sind. Eigentlich so ist, dass der eigene Geist diese drei Personen einteilt nach seinen eigenen Wünschen sozusagen. Wenn Personen den eigenen Wünschen entgegenkommen, dann ist da eben so etwas, was wir als Freundschaft bezeichnen oder eine gewisse Anhaftung. Wenn Leute etwas tun, was uns nicht gefällt, sind sie unsere Feinde. Und Leute, die uns weder nutzen noch schaden, sind uns gleichgültig. Wir betrachten diese Personen aber nicht von ihrer Seite her. Dann würden wir sehen, dass sie alle gleichermaßen Glück wollen und kein Leiden. Letztlich Menschen sind wie wir. Und dass es wirklich eine sehr enge Sicht ist, immer nur nach unseren eigenen Wünschen diese Leute zu beurteilen. Wenn man das so überlegt, dann wird man feststellen, dass es angebracht ist, eigentlich gegenüber allen drei Personen Mitgefühl hervorzubringen. Das ist tatsächlich, aus buddhistischer Sicht sind alle Lebewesen stehen uns sehr nahe. Nicht nur die, die im Moment gerade uns nützen, sondern alle, zu allen haben wir sehr enge Beziehungen. Und man sollte nicht nur urteilen nach kurzfristigen Ereignissen, ob einem gerade jemand genutzt oder geschadet hat. Das ist keine tiefere Sicht von anderen Personen. Das ist eine große Sicht von anderen Menschen. Aber daran kann man arbeiten, an dieser sehr unausgeglichenen Geisteshaltung gegenüber den verschiedenen Menschen. Manchmal gelingt es uns dann vielleicht auch, sogar für unsere Feinde ein gewisses Mitgefühl zu entwickeln, näher zu untersuchen, wie es zu diesem Konflikt kommt und welche Schwierigkeiten die wohl auch haben mögen. Oder dass wir zu unseren Freunden auch hauptsächlich wirklich bestimmt sind von dem Wunsch, dass es ihnen gut geht. Oder dass wir auch für relativ fremde Personen ein gewisses Gefühl entwickeln. Das entsteht manchmal, allerdings ist es meistens nicht sehr beständig. Es kommt kurz mal und geht dann auch wieder. Und das ist eben das Problem, wenn keine Tatkraft entwickelt worden ist oder Enthusiasmus. Man muss sich über längere Zeit regelmäßig damit beschäftigen, wie diese Verhältnisse zu diesen Personen sind. Dann wird man solche Geisteszustände dauerhaft in sich haben. Dann kann man wirklich das entwickeln, was man Gleichmut im Buddhismus nennt, eine gleichmäßig freundliche Einstellung zu allen Personen, unabhängig davon, ob sie einem gerade nutzen oder schaden. Aber das ist keine Erscheinung, die mal so zeitweilig auftritt. Sondern wenn die Tatkraft entwickelt worden ist, dann bleibt das dauerhaft. Und deshalb wird die Tatkraft manchmal als die rüstungsgleiche Tatkraft bezeichnet. Das heißt, man legt die Rüstung der Tatkraft an. Wenn der Geist gerüstet ist mit dieser Tatkraft, dann können von außen verschiedene Personen kommen. Und man wird nicht mehr dann quasi einen so unbeständigen Geist haben, dass man dann gleich Anhaftung und Abneigung und so weiter entbegibt. Die Definition der Tatkraft, oder was man auch manchmal als Enthusiasmo, oder freudige Anstellung übersetzt, das ist, dass man Freude am Heilsamen hat. Das heißt, man hat Freude daran, seinen Geist zum Positiven zu entwickeln. Zum Beispiel im Bezug auf Mitgefühl würde das bedeuten, dass man Freude daran hat, sich regelmäßig mit diesem Faktor zu beschäftigen und ihn in sich zu stärken. Dann hat man tatsächlich Tatkraft. umgenaber zu ant Ursprung zu beschäftigen und einen langen Stuhl aufget буквiert sind. Okay? Wenn das dann weiter zu tun ist, dann wird das Leben geben. Dann wird das Leben geben und wir werden das Leben geben. Dann wird das Leben geben und in den 6, 12 Jahren geben. Dann Dit heißt dann, wenn es so ist, dann müssen wir unsere Auswahl geben. Wenn man die Menschen nicht mehr so verraten, dann kann man die Menschen nicht mehr so verraten. Das direkte Gegenteil der Tatkraft, das ist die Faulheit. Und die Faulheit gibt es drei verschiedene Arten in der judistischen Psychologie. Die erste Faulheit ist die Selbsterabsetzung, dass man zum Beispiel sagt, im Prinzip ist es sehr gut Religion oder Dharma zu üben, aber ich kann das auf keinen Fall, oder dass es mir viel zu hoch oder sehr mutlos ist. Es ist eine Art von Mutlosigkeit, dass es wirkt zwar sehr bescheiden, ist aber eigentlich eine Art von Faulheit. Dann die zweite Art der Faulheit ist die Bequemlichkeit, die ist ja völlig gut bekannt, aber das würde zum Beispiel bedeuten, dass man ein bisschen versucht Mitgefühl aufzubringen, aber da merkt man, dass das wirklich gar nicht so einfach ist. Und dann denkt man, lass ich das doch lieber. Das ist eigentlich nicht zu schaffen, das ist auch ein bisschen sehr anstrengend. Das ist die Bequemlichkeit, dass man sich lieber ausruht und keine Bemühungen macht, um den Geist im Positiven zu entwickeln. Und das dritte ist die sinnlose Aktivität. Das heißt, dass man unter dem Einfluss von Leidenschaften, wie zum Beispiel Begier, der ständig herumläuft und alles Mögliche tut, äußerst geschäftig ist, was aber keinerlei besondere Bedeutung hat oder Funktion hat. Das wirkt zwar sehr aktiv, ist aber in Wirklichkeit auch eine Art von Faulheit, eine Art Workaholic würde das heute vielleicht nennen. und natürlich weniger an Die Begierwerten, aber etwasincreDS, Menu, äußerst integral, wenn man nur ausweih, sondernона und eraalte musik, das geß in die Komm positives Эду ge Przy Print werden kann, dass man nach A損 für principle wird in Eskälmasch Dann konnte man auch etwas dienlijk一下, hat man keine Ehre zu setzen lassen. Das ist das Problem. Die Zeit ist für die Mutter, als wir das hier in den Krieg haben, wenn die Töne Leute dann in die Luft gegründet sind, die Leute dann die Töne und die Töne. Ja, die Töne und 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 die Töne. Es ist sehr gut z того, wie man das auf daheim ist, dass man es nicht mehr von Athen ausle procedure. Das kann man einfach schnell nur ein. Man muss noch die Meditation aus звон higher. Sie sollen sich nicht mehr von mehr und mehr von mehreren. Das sind also die drei Arten der Faulheit. Also man sieht, dass es hier ein bisschen anders definiert wird, als wir es vielleicht sonst gewohnt sind. Tatkraft bedeutet nicht hauptsächlich, dass man sehr geschäftig ist, sondern dass man, wie gesagt, Freude am Heilsamen hat, zum Beispiel an der Dharma-Praxis. Wenn man das nicht hat, ist man faul, selbst wenn man sehr, sehr viel tut. Und da gibt es eben die Faulheit der sinnlosen Beschäftigung, die Faulheit der Mutlosigkeit. Die Faulheit der Bequemlichkeit, das sind drei Formen. Und was wäre nun das Gegenmittel gegen, oder welche Kräfte kann man aufwenden gegen die Faulheit? Da werden in den Schriften hauptsächlich vier Kräfte auch geschrieben, die eigentlich im Bezug auf alle möglichen Tugenden sehr wichtig sind. Zum Beispiel, wenn wir wieder das Thema aufnehmen Mitgefühl, dann wäre das erste, dass wir Vertrauen haben zum Mitgefühl, das wäre die erste. Kraft, Vertrauen bedeutet, dass man die Vorzüge von etwas erkennt, die guten Eigenschaften von etwas erkennt. Das nennt man Vertrauen. Daraus entsteht dann ein Faktor, den nennt man Anstreben. Das heißt, dass man denkt, das Objekt, in das ich Vertrauen habe, das möchte ich auch wirklich entwickeln, das möchte ich selber verwirklichen. Das ist das Zweite. Daraus entsteht dann fast automatisch die Tatkraft. Weil wenn man den großen Wunsch hat, etwas, in das man Vertrauen hat, das wirklich zu entwickeln, dann entsteht auch Freude daran, das zu tun. Und wenn diese Freude entsteht, dann entsteht letztlich eine gewisse Leichtigkeit oder eine gewisse Selbstverständlichkeit, was diesen Faktor angeht. Das heißt, dass er einem quasi automatisch zur Verfügung steht, weil man so daran gewöhnt ist. Das ist dann eine gewisse Flexibilität von Körper und Geist in Bezug auf diesen Faktor, wie zum Beispiel Mitgefühl. Das entsteht, wenn man erst Vertrauen hat, daraus Anstreben entwickelt, daraus dann eben Tatkraft entwickelt und daraus entsteht dann diese Leichtigkeit. Das ist dann, dass das Leichtigkeit übernimmt. Das ist dann, wenn die Leichtigkeit übernimmt. Das ist dann, dass das Leichtigkeit übernimmt. Die Leichtigkeit übernimmt, was man immer so schnell will, dass das Leichtigkeit übernimmt. Wenn das nicht mehr so gut ist, dann kann man sich das nicht mehr so gut aufnehmen. Wenn die Kinder nicht mehr so gut sind, dann können wir die Kinder nicht mehr so gut und so gut machen. Und diese Einteilung gibt es eigentlich in allen Fahrzeugen des Buddhismus. Also man unterscheidet ja manchmal in Hinayana und Mahayana voneinander. Auch im Hinayana spricht man deutlich von diesen Faktoren wie Tatkraft und auch von diesen Faktoren, die eben genannt wurden, wie man das entwickelt. Zum Beispiel spricht der Buddha immer wieder davon, dass eine Art der Ethik ist, dass man zum Beispiel das Unheilsame unterlässt, dass man eben anderen keinen Schaden zufügt, aber auch im eigenen Geist eben die Leidenschaften unterbindet oder verringert. Das ist sozusagen eine negative Ethik des Unterbindens von Unheilsam. Darüber hinaus gibt es im Mahayana dann hauptsächlich die Ethik, dass man erkennt, dass die anderen Lebewesen einem sehr nahe stehen, mit einem sehr eng verbunden sind und man dann hauptsächlich den Wunsch hat, ihnen Gutes zu tun. Das heißt, dass man sich hauptsächlich darum kümmert, eben eine Ethik durchzuführen, wo man anderen von Nutzen ist. Nicht nur ihnen keinen Schaden zufügt, sondern ihnen auch von großem Nutzen ist. Ich habe zu sagen, wenn man einen Schaden hat, aber es ist ja sehr schwer, es ist ja sehr schwer. Also, wenn man sich eine Schaden hat, dass man eine Schaden hat, sondern dann kann man sich nicht mehr aus dem Geist. Also können wir uns nicht beheben. Wenn man die Menschen mit dem Zewa-Bang macht, dann kann man die Zewa-Bang nicht mehr kontrollieren. Wenn man vielleicht im Mahayana-Buddhismus Ausdrücke hört, wie dass man allen Lebewesen letztlich nutzen soll, ihnen allen gegenüber mitgeführt und Geduld entgegenbringen soll, dann kann einem schon leicht mal der Gedanke kommen, dass das wohl kaum möglich ist gegenüber allen. Aber da sagen auch Meister wie Shantideva zum Beispiel in ihren Werken, dass man auch nicht gleich immer nur allgemein davon reden sollte gegenüber allen, sondern man sollte mal anfangen mit denen, die einem nahe sind, die wirklich um einen herum sind. Wenn man tatsächlich, wenn man immer nur im Mund führen würde, dass man gegenüber allen geduldig ist und Mitgefühl hat, aber wenn Leute in der eigenen Umgebung, die mit einem arbeiten oder in der Familie, wenn die einem Schwierigkeiten machen, wenn es dann gleich vorbei ist mit Geduld und Mitgefühl, dann hat das wenig Zweck. Deshalb ist es eigentlich gleich bedeutend, wenn man denen gegenüber, die um einen herum sind, Liebe und Mitgefühl und Geduld aufbringt, wie dass man allen Lebewesen gegenüber das aufbringt. Dann kann man das auch letztlich auf andere übertragen. Ein anderer Ausdruck in Bezug auf Geduld bei Shantideva ist auch, dass Geduld wirkt so ähnlich wie, wenn man sieht, dass die Erde voller Dornen ist, könnte man auf die Vorstellung kommen, dass es gut wäre, die ganze Erde mit Leder zu überziehen. Aber das wird wohl schwierig sein. Wenn man dagegen unter den eigenen Füßen etwas Leder hat, mit einer Worten Schuhe trägt, dann kann man überall hingehen und das ist gleichbedeutend damit, als hätte die Erde keine Dornen oder wäre sie mit Leder überzogen. Das ist ein Bild dafür, dass wenn der eigene Geist mit Geduld ausgestattet ist und man das an dem Ort praktiziert, wo man sich befindet, dann kann man eigentlich überall hingehen und ist immer geschützt dadurch. In der Welt der Dummacht von diesen Geschichten in die Höhe von Dornen in der Vergabe des Geistes, meine Geist und die Geist mit Königern. Hier es gibt es einen Grund, an die Geist mit Menschen. Wenn die Geist mit ihnen wissen, die sie leiden und die Geist mit ihnen leiden, die sie mit unserem Leben in den Amok, die die Geist mit ihnen zurückkeitst werden orffen. Und das wird die Geist mit den Geist mit ihnen verhalten. Er hat nun einiges darüber gesagt, was die Definition der Tatkraft ist, welche Arten oder welche unterstützenden Kräfte der Tatkraft es gibt, welche Gegenteile es gibt, wie die Geduld und was man eben dagegen tun kann, wie eben die Faulheit und welche Arten es da gibt und was man dagegen tun kann. Er sprach auch allgemein von den Leidenschaften und den Fehlern, welche Gegenmittel man dagegen anwenden kann, aber das muss jeder eben für sich selber untersuchen, ob das eine Bedeutung für ihn hat, ob er das anwenden möchte. Der Buddha sagte selber, dass man seine Lehren nicht einfach übernehmen soll, nur weil sie von ihm stammen, sondern weil man geprüft hat, dass sie tatsächlich wertvoll sind, so wie wenn man Gold prüft, ob es wirklich Gold ist, indem man es brennt, schneidet und feilt, wie der Buddha sagt. Das heißt, man sollte buddhistische Lehren nicht einfach annehmen, weil das irgendeine Person sagt, sondern man muss das sehr genau untersuchen mit verschiedenen Möglichkeiten, auch logischen Möglichkeiten und dann wird man untersuchen können, ob es von Wert ist. Wenn man festgestellt hat, dass es von Wert ist, ist es dann wichtig, das anzuwenden, aber zunächst sollte man das auch kritisch prüfen. Wenn man eben etwas dann untersucht hat und ist zu der Erkenntnis gekommen, dass es tatsächlich Vorzüge hat, dann wäre es sehr merkwürdig, wenn man das dann nicht auch anwendet und tatsächlich umsetzt. Wenn man dagegen natürlich keine Vorzüge darin sieht, dann hat man natürlich die volle Freiheit, es einfach zu lassen und etwas anderes zu tun. Wenn man das nicht mehr macht, dann würde man ja nicht mehr sagen, dass man das nicht mehr anschaut hat, dann würde man das nicht mehr machen. Einerseits braucht man also seine Intelligenz oder kann daraus sogar Weisheit entwickeln. Das hat zunächst auch viel mit dem Denken zu tun und mit dem Gehirn vielleicht auch oder mit dem Kopf. Aber darüber hinaus gibt es andere Faktoren, die sehr wichtig sind. Zum Beispiel Liebe und Mitgefühl kann man nicht allein nur mit dem Kopf entwickeln. Das muss auch mehr vom Herzen her kommen. Am besten ist, wenn man beides miteinander verbindet. Aber alleine nur vom Kopf her reicht es nicht aus, sich mit Mitgefühl zu beschäftigen. Sondern es ist wichtig, dass es dann auch von Herzen her zu einer Einstellung wird. Herr Geshe bedankt Sie für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Geshe bedankt Sie für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Geshe bedankt Sie für Ihre Aufmerksamkeit.